Nachdem Stürmer Mario Manzucic lange Zeit mit einem Wechsel zum Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und anderen europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht wurde, scheint mittlerweile klar, wo der Koate seine Zukunft sieht bei Juventus Turin. Via Twitter veröffentlichte der Vize-Weltmeister am Montag ein Bild, das ihn im Juventus-Trikot zeigt. Dazu schrieb der 32-Jährige, das Leben ist eine Frage von Schwarz und Weiß und fügte die Hashtags, Forzaiova, Finoa Lafine, Juve Spirit, Never Stop und Step by Step hinzu. Italienische Medien deuten dies als klaren Hinweis auf den Verbleib des Stürmers bei der ehralten Dame. Punkt. Am Mittwoch wird Manzucic zurück im Turiner Mannschaftstraining erwartet, spätestens dann könnte es auch ein erstes Statement des Ex-Bundesliga-Profis geben, was seine Zukunft betrifft. Punkt. Am Mittwoch wird man die